Der letzte Mann, den ich geliebt habe, der ist bei unserer Hochzeit gestorben. Vielleicht habe ich nicht verdient, glücklich zu sein. Nein, nein. Dennis hat mir erzählt, dass du bei ihm warst. Ich liebe Dennis und das machst du mir nicht kaputt. Ich möchte dich bei unserer Hochzeit nicht dabei haben. Ich habe einen wichtigen Anruf bekommen. Was ist denn? Rottmann ist aus dem Gefängnis geflogen. Gib mir die Ringe. Fuck, die habe ich vergessen. Ja, sehr witzig, Herr damit. Nein, echtes Dennis, die habe ich wirklich vergessen. Dann beeil dich, gib Gas. Ja, 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 ich bin gleich wieder da. Nur nicht nervös werden, okay? Wer ist denn hier nervös? Schau dich um. Schau dich um. Ist alles perfekt. Ja. Dann fehlt ja nur noch die Braut. Hallo, Jenny. Hallo, hier Katharina. Ralf? Hast du mich schon vermisst? Wieso hast du Jenny's Handy? Sag hallo. Hallo, hier Katharina. Tu ja nichts, Ralf. Da kommt nach Hause. Soo, ich bin case. Schau ich. Untertitelung des ZDF, 2020